Meine Damen und Herren herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genshin Impact. Wir sind bei dem Event Schnitzereien der Kindlichkeit, Durchstreifen des Dschungels, Urwaldraserei Nummer 2 den einsamen Pfad entlang und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Das macht auf jeden Fall mega Bock. Das erste hat auf jeden Fall dazu beigetragen, alles zu bekommen. Mal gucken, ob wir hier richtig fliegen. Ah ne. Okay, wir machen jetzt erst... Oh, komm, wenn wir schon hier sind, kann man den auch gerade mitnehmen. Dann machen wir jetzt nicht den, den wir gerade vorgelesen haben, sondern das sollte dann der dritte sein, der ebenfalls frei ist. Hup. Oh, das war knapp. Das war knapp, wie ich gedacht habe. Okay, Herausforderung. Wir gucken uns gleich an, welches das ist. Immer schön mit Tee arbeiten, weil das sammelt auch während man sich quasi zum nächsten Ort mit Tee teleportiert. Auch alle Münzen ein, die uns da in den Weg kommen. Und es ist super angenehm bis jetzt. Easy going. Den einsamen Pfad, okay, war doch anscheinend der einsame Pfad entlang. 3.720 und somit abgeschlossen. Die Primus hier nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.